Glaubt mir, ihr wollt nicht so enden wie diese beiden komischen, frustrierten, jungfräulichen Hampelmänner, die früher nie daran geglaubt hatten, den Erfolg bei Frauen zu haben, den sie immer haben wollten. Ja genau, diese beiden Knillsche, das sind wir vor etlichen Jahren. Die zwei absoluten Premium-Nice-Guys, die alle Fehler gemacht haben, die man machen konnte, um vom Frauen nur als der nette Kumpel gesehen zu werden. Und wenn dir das nicht passieren soll, dass Frauen in dir immer nur diesen netten Typen sehen, vielleicht auch gern mit dir Zeit verbringen, aber nie mehr wollen, dann ist dieses Video genau richtig für dich. So, die ultimative Preisfrage. Was haben alle in Nice-Guys gemeinsam? Sie haben keinen Erfolg bei Frauen? Richtig. Egal was sie tun, sie schaffen es einfach nicht, eine Frau von sich zu überzeugen. Und dabei strengen sie sich doch so für sie an. Sie stellen der Frau bei der Arbeit jeden Morgen den Kaffee auf den Schreibtisch, helfen natürlich immer, wenn die Frau irgendwie überfordert ist und springen natürlich immer ein, wenn irgendwie ein Umzug ansteht. Er hofft damit der Frau zu zeigen, dass er der Richtige für sie ist. Doch wenn der Nice-Guy mal allen seinen Mut zusammennimmt und der Frau sagt, dass er an ihr interessiert ist, dann bekommt er nur zu hören. Sorry, aber für mich ist das etwas Freundschaftliches. Die Krönung des Ganzen ist meistens noch, dass die Frau da mit so einem Arschloch zusammenkommt. Ein Typ, der frech zu ihr ist, der ihr die ganze Zeit Sprüche drückt. Und der Nice-Guy, der versteht die Welt nicht mehr, weil er wäre doch viel netter zu der Frau. Er würde die Frau auf Enden tragen. Und nicht selten entwickelt der Nice-Guy dann den Glaubenssatz, Frauen stehen heutzutage nur auf Arschlöcher und wissen einfach nicht, was gut für sie ist. Sonst würden sie mit mir und nicht mit so einem Penner ausgehen. Anfangs richtet sich die Wut der Nice-Guy noch gegen diese vermeintlichen Arschlöcher, die die Frauen manipulieren, die die Frau anlügen, um sie ins Bett zu kriegen. Irgendwann richtet sich der Frust der Nice-Guy aber gegen die Frauen. Klar, wenn man zum x-ten Mal von einer Frau, um die man bemüht war, in die Freundschaftszone gesteckt wurde, ignoriert wurde oder vielleicht auch ausgenutzt wurde, dann tut das natürlich weh. Und als Nice-Guy hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, du erkennst, dass deine Herangehensweise einfach nicht funktioniert. Diese ganzen Tipps, die du von der Omi und von der Mutti bekommen hast, ja, sei einfach nur nett zu den Frauen, funktionieren in der Praxis nicht. Du musst einfach verstehen, dass durch dein Verhalten Frauen gar nicht anders können, als sich in die Freundschaftszone zu stecken. Und das Beste, was du jetzt machen kannst, ist ein gratis Beratungsgespräch bei VV Dating zu buchen. Link in der Infobox. Oder zweitens, du schiebst den Frauen die Schuld für deinen Misserfolg in die Schuhe und gehst immer weiter die Abwärtsspirale runter, bis du irgendwann denkst, Es gibt keine guten Frauen mehr da draußen. Alle Frauen sind durch Social Media und den Feminismus beziehungsunfähig geworden. Jetzt bist du kein Nice-Guy mehr, sondern einfach nur ein toxischer, frustrierter Lappen. Und du wirst so nie den Erfolg bei Frauen haben, die du wirklich haben möchtest. Und glaub mir, so willst du nicht enden. Und als erstes ist es jetzt einfach wichtig, dass du endlich die Wahrheit erkennst. Denn in den allermeisten Nice-Guys schlummert immer noch der folgende Glaubenssatz. Ich muss vor allem nett zu einer Frau sein, die mir gefällt. Der Rest ergibt sich dann schon von ganz alleine. Vergiss jetzt bitte mal diesen ganzen Müll, den du von der Mutti, von der Omi oder auch von Hollywood gehört hast. Die Wahrheit ist, der Datingmarkt da draußen ist brutal. Und das ist nun mal so, wenn du einfach nur ein netter und sensibler Mann bist, dann bist du heutzutage auf dem Datingmarkt einen Scheiß wert. Und glaub mir, diese ganzen Sprüche von wegen, die richtige wird schon kommen, du sei einfach nur nett und du selbst, die habe ich früher auch immer gehört. Und es hat nie funktioniert. Frauen wollten mit mir immer maximal etwas Freundschaftliches oder haben nach dem ersten Treffen schon den Kontakt abgebrochen. Doch zum Glück konnte ich das schnell ändern, nachdem ich endlich verstanden habe, wie die Dynamiken zwischen Mann und Frau wirklich funktionieren. Und die Sache ist einfach die, dass Frauen nie bewusst darüber entscheiden, zu welchem Mann sie sich hingezogen fühlen. Letztendlich sind es immer noch die klassischen männlichen Eigenschaften, wie Mut, Dominanz oder innere Ruhe, die dich in den Augen der Frau attraktiv machen. Und all diese anderen Eigenschaften, die immer wieder propagiert werden, wie Nettigkeit oder Treue, die werden von Frauen auch geschätzt, ja, sind aber letztendlich für deinen Erfolg bei Frauen wertlos, wenn du nicht diese klassischen männlichen Eigenschaften mitbringst. Und deshalb passiert es ja auch so oft, dass Frauen sich in die sogenannten Bad Boys oder Arschlöcher vergucken, obwohl sie eigentlich wissen, dass diese Typen ihnen nicht gut tun. Und klar, das frustriert den Nice Guy natürlich umso mehr, weil der sich dann einfach fragt, Hey, selbst wenn sie wollen würde, sie kann es einfach nicht, weil dem Nice Guy einfach diese eben erwähnten männlichen Eigenschaften fehlen. Und es ist jetzt nicht so, dass Frauen per se nur auf Arschlöcher oder Bad Boys stehen, aber man muss einfach sagen, dass der Bad Boy im Schnitt halt eher diese klassischen männlichen Attribute mitbringt als der nette Typ. Bedeutet jetzt einfach für dich im Umkehrschluss, wenn du lernst, diese männlichen Eigenschaften zu kultivieren und zu verkörpern und darüber hinaus trotzdem dieser nette, fürsorgliche und treue Typ ist, Hey, dann bist du für Frauen das Komplettpaket. Und da wirst du für Frauen auch interessanter sein als der Bad Boy. Und darum geht es letztendlich. Du musst nicht zum Arschloch oder Bad Boy werden, sondern anfangen, diese klassischen männlichen Eigenschaften, die am Ende des Tages entscheiden, zu kultivieren und zu leben. Was kannst du jetzt also in der Praxis machen, damit du für Frauen nicht immer nur dieser Nice Guy bist? Erst einmal, wenn du eine Frau kennenlernst, die dir gefällt, dann sei nicht einfach nur nett und höflich zu ihr und hoffe, dass sich dadurch irgendetwas ergibt. Nein, sei mutig und direkt. Zeige der Frau, dass du sie kennenlernen möchtest. Frage sie nach einem Date und mache auch kein Geheimnis daraus, dass du ihr an die Wäsche möchtest. Wenn du eine Frau datest, dann unternehme wirklich aktiv Schritte, um sie zu verführen und sitze nicht einfach nur da und führe mit der Frau nette Gespräche. Nein, versuche die Hand der Frau zu nehmen. Versuche die Frau zu küssen. Sei der aktive Part. Das ist deine Rolle als Mann. Und drittens, ganz wichtig, richte dich nicht die ganze Zeit nach der Frau und denke darüber nach, was du jetzt tun oder sagen kannst, damit die Frau dich mag. Nein, rede mit der Frau über die Dinge, die du lustig findest, die du interessant findest. Auf diese Art und Weise lernt die Frau einen Mann mit Rückgrat kennen und keinen profillosen Schleimer. Genau, mein Lieber. Das sind jetzt wirklich Dinge, die du ab jetzt beachten und in die Tat umsetzen solltest. Und klar, wenn wir jetzt über die Praxis reden, ist es natürlich auch wichtig, dass du überhaupt erst mal Frauen kennenlernst, damit du das Wissen, was du dir hier angeeignet hast, auch in die Tat umsetzen kannst. Und machen wir uns nichts vor, das ist bei den meisten Männern ein Riesenproblem. Die meisten Männer lernen einfach so gut wie nie Frauen kennen, weil sie sich nicht trauen, auf Frauen zuzugehen. Sie sind abhängig von Dating-Apps, wo einfach nicht viel passiert, oder von irgendwelchen glücklichen Zufällen im sozialen Umfeld. Und wenn das bei dir aktuell auch der Fall ist, dass du all dieses Wissen hast, aber einfach super selten Frauen kennenlernst, um das Wissen in die Tat umzusetzen, dann musst du da ansetzen. Lerne, auf Frauen zuzugehen, lerne, Frauen anzusprechen und kennst sie dann. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann trag dich für unser gratis Beratungsgespräch ein, denn das ist unser Job, dir wirklich einen auf dich zugeschnittenen Fahrplan zu geben, der dir zeigt, wie du Schritt für Schritt dich überwindest, dich traust, auf Frauen zuzugehen, Frauen ansprichst, mit Frauen flirtest, Nummern und Dates bekommst, um endlich das Dating-Leben zu führen, was du schon immer führen wolltest. Link ist in der Infobox, trag dich gerne ein. Das war's mit unserem Video. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace.